Moin Jungs, hier ist euer Kaller-Statement. Ja Leute, wie ihr wisst, ist heute mal wieder Freitag. Und das Motto für diesen Freitag heißt beim Kaller Genussgas. Da guckt der Kaller heute auf sein Konto. Und was sieht der da? Urlaubsgeld 2013. Und da macht der Kaller heute mal eine Nacht Urlaub in der Gurke. Weil ihr wisst, der Kaller ist ein Schurke. Da hat der Kaller heute Schmacht auf der Zunge und nicht auf der Lunge. Da will der Kaller heute mal so richtig lecky-schmecky-Gas. Da will der Kaller eine schöne kleine rasierte Muppi so richtig schön lecken und schmecken. Da will er schön in der Ritze. Und das ist spitze. Und Leute, morgen wollte der Kaller normalerweise zum Truck-Ompi. Aber das geht nicht. Der Kaller ist auf dem Geburtstag eingeladen. Und da macht der Kaller morgen Abend Schicht. Und das ist seine Pflicht. Da solltet er sich wieder einen Knoten in der Leber. Und an meine Arbeitskollegin und deine Freundin. Ihr seid hoch zum Truck-Ompi. Und Mädels, da sollen die Trucks richtig rauchen. Und lasst eure Muschis richtig fauchen. Und Grüße auch an dich, Uschi, mit deiner kleinen süßen Muschi. Und ich sag euch, Mädels, und ich will, dass ihr nur ein Gas gebt, Knollgas!